Hallo und herzlich willkommen zu unserer Lehrfilmreihe über die drei wichtigsten Härteprüfverfahren nach Wickers, Rockville und Brinell. Die Härteprüfung liefert keine wirklichen Werkstoffkennwerte, da die Härte immer nur relativ zu einem härteren Material angegeben wird. Dennoch geben die Härtewerte eine verlässliche Aussage über die Härte und Festigkeit von Werkstoffen. Alle drei Prüfmethoden zählen zu den Eindringmethoden, weil hier der Prüfkörper in das Prüfstück eingedrückt wird. Für die Werkstofftechnik ist es zweckmäßig, als Härte eines Werkstoffes den Widerstand gegen das Eindringen eines härteren Festkörpers unter der Einwirkung einer ruhenden Kraft zu definieren. Maß für die Härte nach Wickers und Brinell ist die Eindruckoberfläche, nach Rockville die Eindringtiefe. Die Verfahren unterscheiden sich nach ihren Prüfkörpern. Diese sind bei der Wickersprüfung HV, eine Diamantpyramide, mit einem Spitzenwinkel von 136 Grad. Bei der Brinell-Prüfung HBW, eine Kugel aus Hartmetall. Und bei Rockville HRC, ein Diamantkegel mit einem Spitzenwinkel von 120 Grad. Die Härte selbst wird immer angegeben als Prüfkraft pro Eindruckfläche bzw. Manteloberfläche des Eindrucks oder Prüfkraft pro Tiefe des Eindrucks und ist ein dimensionsloser Wert. Die Prüfkraft wird bei der Härtemessung immer in der alten Maßeinheit Kilopond angegeben. Da aber die SI-Einheit Newton für die Kraft Gültigkeit hat, wird die Kraft in Newton in die verwendeten Formeln eingesetzt und mit dem Korrekturfaktor 0,102 versehen. Hier wird der Umrechnung von 1 Kilopond gleich 9,81 Newton Rechnung getragen. Zusammenfassung Die Härte ist ein dimensionsloser Wert, der den Widerstand gegen das Eindringen eines härteren Körpers beschreibt. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Härteprüfverfahren und zugehörige Prüfkörperformen. Die wichtigsten Prüfverfahren zielen zu den Eindring-Härteprüfverfahren und sind die Härteprüfung nach Brinell, Wickers und Rockville. Maß für die Härte nach Brinell und Wickers ist die Eindruckoberfläche und nach Rockville die Eindrucktiefe. Die Werte der Prüfkraft in Newton werden mit dem Korrekturfaktor 0,102 multipliziert, um die Angaben in der gängigen Größe Kilopond zu erhalten.